Willkommen bei ProfiSnap.de, hier in Empfingen auf der Fotofläche. Ein Relax-Sessel Easy Swing 7722 von Himmela, habe ich für Sie. Teilelektrisch und höhenverstellbar, in Büffelleder, ockerfarbig. Ein ganz besonderes Stück aus einem Kundenstern. Das heißt, ein Kunde hat bestellt, aber den Sessel nicht abgenommen. Nun, jetzt schauen wir mal gemeinsam. Hier haben wir eine einfache Fernbedienung, die funktioniert. Für die Zunge, ich drücke drauf, braucht gar nichts zu tun. Die Zunge fährt aus, es wird bequemer und bequemer. So hoch kann ich gehen, ich kann übrigens dann in jeder Position die Zunge anhalten. Hier hat es ein Magnet, hier hat es einen kleinen Hebel für den Rücken, deshalb teilelektrisch. Da kann ich so weit nach hinten gehen, jetzt bin ich ganz hinten und schaue an die Decke. Nein, ich ziehe mir das Kopfteil nach vorne und schon ist alles wieder wunderbar. Der Sessel ist drehbar, hat ein Kabel, Akku nachrüstbar. Ich gehe jetzt mal wieder hoch. Und der Sessel hat eine sehr angenehme Farbe. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ein Einzelstück aus Kundensturmung, höhenverstellbar. Hier ist eine Höhenverstellung eingebaut. Deshalb schnappen Sie zu, 1250 Euro Sessel 7722. Dankeschön und Tschüss.